Das bosnische Militär hat in Lipa nun 20 Zelte aufgestellt, die den rund 900 Männern dort Schutz vor Winter und Kälte bieten sollen. Noch ist nicht Platz für alle. Einige Migranten und Flüchtlinge sind noch im verbrannten Lager. Aber nachdem die EU weitere 3,5 Millionen Euro bereitstellte, hat sich etwas getan. Die Zelte sind mit Holzböden ausgestattet, mit richtigen Betten und Matratzen. Mit Benzin betriebene Heizungen vor den Eingängen blasen warme Luft in die Zelte. Auch Strom gibt es zum Aufladen der Handys. Dem Pakistani Farid, der in Saudi-Arabien Arabisch lernte, gefällt es. Am Samstag gab es erstmals seit langem eine warme Mahlzeit. In der Schlange Serdar, der 2019 aus Österreich abgeschoben worden war. Den Kartoffeleintopf mit Hühnerfleisch hat der österreichische Verein SOS Balkanroute finanziert, der in den letzten kalten Tagen auf Brennholz heranschaffte. Organisator Peter Rosanditsch fordert eine neue Richtung in der Migrationspolitik. Der Bürgermeister von Pichic hat mir in einem Gespräch gesagt, hier ist kein einziger Cent gelandet. Also die lokale bosnische Bevölkerung hat keine Unterstützung bekommen. Diese Gelder versickern irgendwo. Sei es in Sarajevo, sei es in Brüssel. Das gehört überprüft. Man kann nicht drei Jahre die Zustände immer schlimmer werden lassen. Von einem Elendskampf, Wutschjag, zum anderen Elendskampf, Lippa. Wir beweisen, jetzt ist es an der Zeit, dass man diese ganze Seehofer-Politik in den Müll schmeißt. Die ganze Seehofer-Sebastian-Kurz-Politik in den Müll schmeißt. Für diese Menschen endlich menschenwürdige Plätze schaffen. Und ihnen Antworten gibt, bis es mit Europa weitergeht, bis es mit ihrer Zukunft weitergeht. Jeder Mensch will wissen, ob er morgen die Lehre geht, ob er morgen in die Schule geht, ob er morgen einen Beruf macht. Das ist nichts anderes. Das ist das zutiefst menschlich, was hier passiert. Und diese Menschen wollen antworten. Zurück in Bihač, 25 Kilometer von Lippa entfernt. Das Gelände des Camps gehört zur 60.000 Einwohnerstadt. Stadtrat Elvedin Sedic lebte früher selbst als Kriegsflüchtling in Deutschland. Auch er erhebt schwere Vorwürfe gegen die kroatische Polizei. Die Praxis ist folgende. Die Migranten, die in Kroatien oder Slowenien erwischt werden, werden überwiegend an nicht offiziellen Grenzübergangen einfach von der kroatischen Polizei zurückgeprügelt. Ohne Geld, ohne Mobiltelefone, ohne Kleidung, barfußlos, werden die irgendwie in den Wäldern ausgesetzt und nach Bosnien zurückgeprügelt. Ich denke, die EU ist da ziemlich in der Verantwortung bezüglich der Menschenrechte, die hierdurch grundlegend verletzt werden. Jetzt haben die Männer in Lippa erstmal ein Zeltdach über dem Kopf. Nun soll auf dem Gebiet des verbrannten Lagers ein winterfestes Neues gebaut werden. Eine Lösung der Frage, wo die tausenden Migranten und Flüchtlinge in der Region langfristig hin sollen, wird auch das nicht bringen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.